Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Google Ads News. Also was hat sich in den letzten vier Wochen so alles getan und worüber würde ich dir gerne etwas mehr erzählen? Ja, steigen wir direkt ein. Seit dem 1.8. gibt es keine ähnlichen Zielgruppen mehr. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie mal verwendet hast, aber Google hat ja immer die sogenannten Similiar Audiences angelegt zu jeder Zielgruppe, die du als Remarketingliste angelegt hast oder die du als Kundenliste hochgeladen hast. Ja, damit ist jetzt Schluss. Du kannst sie auch nicht mehr verwenden in den Kampagnen. Das ist aus meiner Sicht und meinen Erfahrungen her auch kein wirklicher Verlust. Sehr selten haben diese Zielgruppen wirklich gut funktioniert. Also wenn man das vergleicht mit den meta-eigenen Lookalikes, die oftmals in den Meta-Ads sehr gut funktionieren, hat es bei Google Ads relativ selten wirklich gut funktioniert. Ja, ich bin mir sicher, dass Google da auch weiterhin daran arbeitet und natürlich wird in der optimierten Ausrichtung und auch in den Performance-Max-Kampagnen immer mehr basierend auf den Remarketinglisten, die dann automatisch auch verwendet werden in den Kampagnen, geschaut, kann ich gewisse Merkmale finden bei den Personen, die dann eben auch nochmal zusätzlich im gesamten Google-Netzwerk gesucht werden. Ja, und dass dann im Prinzip auch Nutzer angesprochen werden, die so ähnlich sind wie die deiner Zielgruppe, die entsprechend Conversions bringt. Ja, und wo Google dann sagt, okay, die haben ähnliche Eigenschaften, ähnliches Alter, ähnliche Interessenskategorien und so weiter und das dann eben auch entsprechend ausliefert. Was du dabei aber bitte unbedingt prüfen solltest, ist, schau mal in deine Kampagnen-Einstellung rein, ob die optimierte Ausrichtung aktiviert wurde. Wenn du reine Remarketing-Kampagnen hast, dann solltest du das unbedingt umstellen, weil die optimierte Ausrichtung hat dann keinen direkten Einfluss mehr darauf, dass es nur noch auf diese Remarketing-Liste geht, sondern die Remarketing-Liste ist ein Teil von denen, wo deine Anzeigen angezeigt werden, aber Google kann es noch quasi im gesamten Display-Netzwerk auch sonst spielen, wenn Google der Meinung ist, dass diese Nutzer eben bei dir eine Wahrscheinlichkeit haben, eine Conversion durchzuführen. Ich zeige dir auch mal direkt, wo du das findest. Und zwar ist das ein bisschen versteckt. Geh einfach mal auf Inhalt, dann auf Themen, dann gehst du auf den Stift, sagst Ausrichtung der Anzeigengruppe bearbeiten, wählst die Anzeigengruppe aus und dann kommst du auf eine Seite, wo du quasi nochmal eine andere Ansicht bekommst, was denn dort für eine Ausrichtung ausgewählt ist. Und dann findest du hier unter Einstellungen die optimierte Ausrichtung. Und wie gesagt, wenn du eine reine Remarketing-Kampagne haben möchtest, also wirklich nur auf die Nutzer, die in deiner Liste sind, dann muss das unbedingt auf deaktiviert stehen. Also das prüfe einfach mal über diesen Weg. Ja, dann eine Neuerung in den maximalen Performance-Kampagnen. Das sehe ich bisher in sehr wenigen Konten, aber es gibt in den Zielgruppensignalen eine neue Einstellung. Da kannst du Suchthemen, also Suchgebiete quasi einfügen, dass du da nochmal auch genauer sagen kannst, wenn Leute nach bestimmten Themen auf Google suchen, dann sollen sie bitte in deine Zielgruppe reinkommen und sollen eben in diese Signale mit aufgenommen werden und eben auch als eine der ersten Nutzer mit angesprochen werden. Also das Zielgruppensignal, und das betone ich halt sehr häufig, ist eben nicht eine Zielgruppe, wie du sie aus anderen Kampagnen, wie eben bei der Zielgruppe kennst, sondern das Signal bedeutet, du schubst den Google-Algorithmus für die maximale Performance-Kampagne in die Richtung, wo du erwartest, dass die Leute erstmal bei dir Conversions abschließen. Das ist aber wirklich nur dieses Schubsen des Geburts-Algorithmus in diese Richtung. Danach kann Google komplett sozusagen im gesamten Google-Netzwerk selbst danach suchen, wo die Conversions herkommen. Das muss dann gar nicht mehr mit dem übereinstimmen, was du hier angegeben hast, aber es kann natürlich diese Lernphase deutlich verkürzen, wenn du hier sinnvolle Listen auswählst und halt die Nutzer auch entsprechend segmentierst. Ja, apropos maximale Performance-Kampagne. Es gibt ein neues Skript. Ich habe ja vor einigen Monaten schon mal gesagt, dass es ein Skript gibt, was wir gefunden und auch implementiert haben, womit man mehr Informationen über die Performance-Max-Kampagne bekommt. Das kann zum Beispiel sein, dass du siehst, es gibt jetzt irgendwelche Performance-Veränderungen und in diesem Skript kannst du sehen, und das siehst du eben nicht im Google-Ads-Interface, dass er vielleicht mal deutlich weniger an Shopping ausliefert und dafür deutlich mehr im Videobereich oder in den anderen Netzwerken. Ja, dann kannst du eben solche tagesbasierten Kurven sehen. Du kannst auch bei mehreren Asset-Gruppen genau sehen, wie welche Asset-Gruppe performt. Das ist leider eine Auswertung, die Google auch Stand jetzt immer noch nicht in der Oberfläche implementiert hat. Das soll kommen, ist aber auch schon lange angekündigt, aber über diese Exporte, über die Google-Ads-Skripte in ein Google-Sheet kannst du das sehen. Und dann gibt es jetzt eben auch ein Skript, was wir neu einsetzen, wo du die Suchkategorien entsprechend auswerten kannst. Das heißt, du siehst für jede Kampagne, welche Suchkategorie hat Google jetzt dazu veranlasst, entsprechend deine Anzeigen auszuliefern. Und dann siehst du entsprechend diese Impressionen für die letzten sieben Tage und für die sieben Tage davor und bildet daraus natürlich auch eine Differenz, sowohl die Zahlenimpressionen als auch dann das prozentuale Verhältnis. Ja, was kannst du daraus ablesen? Du kannst zum einen ablesen, ob Google dein Thema grundlegend verstanden hat oder vielleicht auch in gänzlich anderen Themen unterwegs ist, als du eigentlich möchtest. Dann musst du an der Targetierung und an den Zielgruppensignalen nochmal etwas verändern. Und zum anderen kannst du sehen, wo gibt es sehr starke Verschiebungen. Also hat Google jetzt in einem bestimmten Suchthema deutlich mehr ausgeliefert oder in einem anderen Thema deutlich weniger deine Anzeigen ausgeliefert. Und somit erklären sich manchmal auch dann Schwankungen in der Leistung oder gewisse Kurven, die sich dann eben da so ergeben, die sich dir aufzeigen. Sehr, sehr spannendes Skript. Wenn du da Interesse dran hast, lass gerne einen Kommentar da oder schreib mir eine E-Mail an christoph.master auf search.de. Ja, dann gibt es die Ankündigung, dass Google Ads auch sogenannte Conversion-basierte Kundenlisten automatisch eingestellt werden können. Und zwar findest du das in den Kontoeinstellungen. Wenn du also auf der obersten Ebene, zum Beispiel auf der Kampagnenübersicht bist, dann kannst du hier links in die Einstellungen springen und dann auf die Kontoeinstellungen. Und dort gibt es dann den Bereich Kundenabgleich. Ja, und da kannst du mal gucken, ob du das aktiviert hast. Das kann durchaus Sinn ergeben, gerade wenn du maximale Performance-Kampagnen nutzt und gerade dann, wenn du viele Conversions hast in deinem Konto, dann aktiviere das mal, weil dann kann Google eben Nutzern, die eine Conversion bei dir durchgeführt haben, entsprechend eben in Zielgruppen aufnehmen und in dieser Geburtsstrategie berücksichtigen. Und im Normalfall kann man durchaus sagen, Leute, die bei dir eine Conversion durchführen und wenn das nur eine Sitzungsdauer ist oder schon irgendwie eine Anmeldung zum Newsletter oder ähnliches, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kunde später mal kauft oder dieser Kontakt später kauft, natürlich deutlich größer als bei welchen, die noch gar keine Conversions bei dir generiert haben. Und insofern macht es durchaus Sinn, dass du das mit aktivierst und dass du dann das hier auch so verwendest. Zum ersten Punkt nochmal als Ergänzung mit dieser optimierten Ausrichtung. Auch hier diese erste Einstellung, die du hier machen kannst, zahlt genau auf das ein, was ich sagte, nämlich diese ähnlichen Zielgruppen gibt es in der Form nicht mehr automatisch erstellt. Aber Google kann in diesem Smart Bidding, in diesen Geburtsstrategien entsprechend das so analysieren und ausbauen, dass du eben hier auch Nutzer erreichst, die so ähnlich sind wie deine bisherigen Zielgruppenlisten. Nächstes Thema im Bereich Google Shopping, also wenn du einen Shop hast, dann ist sozusagen diese Art der Auswertung eine relativ neue und wie ich finde, sehr spannende Auswertung. Damit kannst du auch viel am Markt analysieren und kannst auch deine eigenen Produkte deutlich besser optimieren. Und zwar gehst du dann mal ins Merchant Center und gehst auf Leistung und hast dort verschiedenste Berichte. Du siehst zum Beispiel, welche anderen Shops haben eine sehr starke Überschneidung mit deinen Produkten. Wie stark werden deine Produkte ausgeliefert? Welche Mitbewerber sind dort entsprechend noch mit unterwegs? Und du hast auch noch die Möglichkeit, sowas wie Marktnachfrage, also wie entwickeln sich gerade da entsprechende Produkte und Kategorien und eben auch Preise dir anzeigen zu lassen. Also du kannst auch tatsächlich wirklich gucken, wie ist dein Preis und wie ist der Preis im Durchschnitt für dieses Produkt? Natürlich ist da die Basis, dass du eine GTIN übermittelst, also eine eindeutige Produktnummer, die weltweit dann eben gleich ist. Und dann kannst du sehen, wo sind deine Produkte deutlich teurer als beim Wettbewerb und wo sind sie deutlich günstiger als beim Wettbewerb. Also wirklich eine sehr, sehr spannende Möglichkeit, das auswerten zu können. Genau, und im Bereich Wettbewerbsfähigkeit des Preises gibt es dann eben auch noch mal so eine Gesamtübersicht. Da siehst du, wie häufig sind deine Produkte unter dem Vergleichspreis auf Google und wie häufig sind sie auf dem Durchschnitt, also auf deinem Preisniveau und wie häufig bist du über den Markt und den Mitbewerberpreisen. Ja, auch sehr spannend. Und wenn du jetzt da mal ein bisschen weiter denkst, kannst du natürlich auch diese Auswertungen dazu verwenden, bei den Produkten, wo dein Preis unter dem Marktpreis liegt, einfach deutlich mehr sichtbar zu werden. Also du könntest diesen Produkten zum Beispiel über Feed-Regeln ein spezielles Label mitgeben und kannst sagen, dieses Produkt möchte ich jetzt besonders stark bewerben. Das soll deutlich mehr in die Sichtbarkeit kommen. Ja, weil wenn du den günstigsten Preis hast und sonst alles vergleichbar ist, dann ist es ja relativ wahrscheinlich, dass du auch deutlich mehr Bestellungen bekommen wirst von Leuten, die nach diesem Produkt suchen. Ja, und dann kannst du natürlich mit einer anderen Geburtsstrategie, mit mehr Tagesbudget, mit vielleicht einem geringeren Zielrohrs, ja einfach das Maximum rausholen, was dann eben gerade auch am Markt möglich ist und was du eben von der Nachfrage abdecken kannst. Wenn du also Google Shopping verwendest, dann schau da auf jeden Fall dir mal im Detail diese Berichte an. Nimm dir mal eine halbe Stunde oder eine Stunde und geh da mal wirklich Stück für Stück durch. Das sind wirklich ziemlich spannende Auswertungsmöglichkeiten, die du da inzwischen hast. Ja, nächstes Thema ist etwas, was Google bei der Google Marketing Live-Präsentation angekündigt hat. Und zwar wird es neue Kampagnen-Typen geben und zwar für das Thema Demand Gen. Ja, also ich möchte sozusagen Nachfrage generieren und das wird so eine Mischung sein aus den, ja, Videoaktionen. Ja, das heißt, ihr kennt vielleicht noch die Kampagnenart True View for Action. Ja, das ist so ein spezielles YouTube-Format gewesen. Und zum einen das und zum anderen eine Kombination mit Discovery-Anzeigen. Ja, Discovery ist auf deinem Smartphone der entsprechende News-Feed, den du bekommst, der auch personalisiert ist und natürlich sind dort auch Werbeanzeigen möglich. Und ja, Google bietet diesen Kampagnen-Typen derzeit noch in einer Beta-Phase an, aber der wird sehr wahrscheinlich bis Ende des Jahres dann auch für alle freigeschaltet werden. Und ja, ich denke mal, es wird sich vor allem an alle, die irgendwas in der Lead-Generierung haben, also nicht direkt ein Abverkauf, das kann auch funktionieren, aber ich glaube, in erster Linie wird es für die Kampagnen sehr erfolgreich sein, wo es um Leads geht, also wo du zum Beispiel irgendein White Paper anbietest, wo man sich mit einer E-Mail-Adresse eintragen muss, wo man sich für einen Newsletter anmeldet, wo man vielleicht ein Erstgespräch bucht, ja, über einen Kalender-Link, also alles, was irgendwie mit einem Lead zusammenhängt, nicht unbedingt mit einem Sale, also einem Online-Shop-Sale, sondern wirklich erstmal mit dem Thema Leads. Gerade dann, wenn du auch Meta-Kampagnen schon hast, die sehr gut funktionieren für deine Leads, dann kann das extrem spannend sein. Wie gesagt, es wird so eine Mischung sein aus YouTube TrueView for Action-Anzeigen, aus Shorts, die wohl auch automatisiert erstellt werden können, aus YouTube In-Stream-Anzeigen, aus diesem Discovery-Feed, aus Google-Mail-Platzierungen, ja, also es wird eine sehr, sehr hohe Reichweite möglich sein, das ist einfach dem geschuldet, dass es so breit dann auch gestreut wird, aber wenn du das Ganze sehr gut fütterst, ja, also auch mit guten Zielgruppen und eben auch mit diesen Lookalike-Audience, die dann automatisch erstellt werden können, wenn du das auf Kontoeinstellungen aktivierst, dann kann das extrem gut funktionieren, ja, also behalte das schon mal im Hinterkopf, wenn du Lead-Kampagnen hast, achte mal auf das Thema Demand-Gen-Kampagnen oder frag mal deinen Google-Ansprechpartner, ob er dir dazu schon Informationen schicken kann oder, ne, vielleicht du auch tatsächlich schon in dieser Testphase mit dabei sein kannst. Ja, was gibt es sonst Neues? Ich habe gerade ein Video noch veröffentlicht zum Thema Bereite dich auf das Weihnachtsgeschäft vor, ne, das sind, ja, natürlich auch Themen, die jetzt schon wieder sehr stark im Fokus sind, auch wenn wir gerade noch am Schwitzen sind, ja, also bei uns im Büro sind es gerade 26 Grad, aber nichtsdestotrotz solltest du natürlich jetzt mit Kampagnenarten, mit gewissen Tests, mit einer Vorlaufzeit, mit Geburtsstrategien, vielleicht mit einem besseren Tracking, natürlich dich schon aufs Weihnachtsgeschäft vorbereiten, ja, eigentlich kann man sagen, mit dem Black Friday Ende Oktober wird das Geschäft losgehen und dann sollten deine Kampagnen natürlich so sein, dass du sie auch, ja, quasi wie so ein Wasserhahn auf und zu drehen kannst und halt immer weiter auch skalieren kannst, ja, und das Bestmögliche mitnimmst. Apropos Wasserhahn aufdrehen und Kampagnen skalieren, am 19. September machen wir wieder ein Webinar, wo es genau darum geht, ne, also wenn du da Interesse dran hast, dann klick auf den Link hier in der Videobeschreibung, und dann trag dich zum nächsten Webinar-Termin ein, komplett kostenlos und unverbindlich und, ja, da zeige ich dir in 90 bis 120 Minuten, wie du in 5 Schritten wirklich zu perfekt skalierbaren Kampagnen, die dich auch sehr wenig Aufwand kosten, kommst, ja, also, meld dich an, ich freue mich auf dich, ja, und dann sage ich erst mal vielen Dank für dieses Video und wir sehen uns im nächsten Video. Kampagnen. 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 Kampagnen.